Duo Pianola, Berliner Kabarett- und Tango-Musik. So zu erleben nur noch dieses Jahr im Zilles Stubentheater. Außerdem Gutscheine und die Geschichte von Pianola, erhältlich als Buch hier bei mir. Reservierungen und Kartenvorverkauf ebenfalls bei Thea König im Einfach-Vielfach. Und hier nochmal die Termine. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.